Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mentalen Praktik-Trainer. In diesem Video geht es darum, wie ich mit 51 Jahren ohne Fitnessstudio, ohne Hungern und ohne Cardio in dieser Form bin. Ja, das ist die aktuelle Form. Und es gibt immer wieder, erlebe ich das, dass meine Klienten oder Leute, mit denen ich gespräch bin, immer den heiligen Gral suchen. Was ist der heilige Gral? Ist es eine bestimmte Sportart? Ist es eine bestimmte Übung? Ist es eine bestimmte Diät? Ist es, wann ich esse, wie ich esse? Sind es Supplemente? Was ist das, was dafür sorgt, dass man mit wenig Aufwand das ganze Jahr in Shape lernen kann? Und ich heiße ja Mentalen Praktik-Trainer und das ist auch genau der Punkt. Das ist der heilige Gral. Der heilige Gral ist dein Mindset. Dein Mindset, deine Einstellung, dein Denken über dich und die Welt, deine Glaubenssätze, das ist das, was dazu führt, dass du so gesund bist oder so fit bist oder so aussiehst, wie du aussiehst. Sachen wie Fitnesstraining, Ernährung, guter Schlaf, Supplemente, dieses ganze Thema ist nur ein Vehikel. Es ist nur ein Medium, was du benutzt, um das Ziel ganzheitliche Gesundheit zu erreichen. Und deshalb ist auch bei mir im Training, im Coaching, das allererste, mit dem ich anfange, ist immer Bewusstseinsarbeit. Wie ist die Einstellung des Klienten? Wo steht er? Was für Ziele hat er? Wie ist er gescheitert? Wann ist er gescheitert? Wie denkt er über sich und die Welt? Das ist sowas von absolut elementar. Nur wenn du deine Einstellung so ausrichten kannst, dass du danach die Handlungen, die du nämlich brauchst, um dauerhaft in Shape zu sein, um fit und leistungsfähig zu sein, diese Handlungen sind leicht, auch wenn sich das jetzt ein bisschen so arrogant anhört, es ist leicht, wenn du das richtige Mindset hast. Und das ist die Hauptaufgabe im Coaching. Die richtige Einstellung, die richtigen Gedanken, das richtige Verhalten zu implementieren, das wird dann zu einer Routine wie Zähneputzen. Und danach fällt es leicht, richtig und gesund zu essen, sich richtig und gut zu bewegen, erholsamen Schlaf, Supplemente. Das ganze Thema kommt dann unterstützend zusammen. Aber es steht und fällt alles mit deiner Einstellung. Wenn du dazu genauere Fragen hast, schreib mir unter die Kommentare. Wenn du wirklich interessiert bist, deinen Körper, deine Gesundheit auf ein hohes Level zu bringen, oder vollständig gesund zu werden, unten in der Beschreibung ist auch ein Link, wo du ein kostenloses Telefonat mit mir buchen kannst. Das kannst du auch machen. Du kannst auch ein Webinar mit mir zusammen anschauen. Das sind alles Möglichkeiten, wo du dir kostenlos Informationen und Hilfe bei mir holen kannst. Ansonsten, wenn das Video dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonnieren, teilen, subscribe in das ganze Programm. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ich bin raus. Ciao.